jo leute der mich genötigt hat das spiel wieder zu spielen der mich genötigt hat wieder das spiel zu spielen ich kann mich direkt lachen muss ja mal reinkommen hier das wird schon nix warum sprich den grad so blöd das war klar ein sobrient ich mach das so behindert ach komm ich hab's geschafft quatsch nein ich aber nicht ich hab's auch geschafft speichern direkt hoffentlich kommt nicht noch was am ende was alter schwede habe ich mich erschrocken gerade mit der rakete oder kurz vorm button noch diese fette rakete kommt also mit dem drehsprung habe ich das nicht angekriegt ich bin einfach so drauf gesprungen jetzt darf er mal durch salven hier hast recht ging ging wie heute schnell ach du scheiße delphin aus achter uns in pflanzen ich habe sie nicht gesehen ich dachte wäre einfach nur was ein laufendes laba ok ich kann es mir vorne speichern ach du kacke ich ahne sich mit den delphinen das ist ja schon wieder mein lieblingslevel das ist schön ne warum muss ich joshi denn wie du kriegst n joshi ja eieiei hab ich jetzt nur gespeichert bestimmt ganz ganz bescheiden in dem moment wo ich in die lava rin fall die musik besteht noch aus dün dün und die wette bewegt sich mhm herrlich zu spät man schafft alles wenn man spiel das schafft man so gar nicht dün dün boah wenn ich wüsse mich jetzt wie lange ich jetzt in diesem chef lösen ach kacke ich war schon auf dem dritten delphin schon nach so nem kurzen versuch mensch bin ich stolz auf mich kein ernst dün dün wie soll das denn gehen fündig probier's aus tschüss joshi ich brauch die unterlinien am das ist doch gemein mit den ganzen steinen hier die sollen blockieren ach komm das war so knapp ah das war hinten auf der flosse da wollte ich nicht drauf warte mal kann er die denn auch fressen man ich weiß ja du hast bestimmt die delphine anders gelöst nein jetzt springen sie von dem ersten auf den zweiten von dem zweiten auf den dritten richtig auch keine ahnung weiß ich doch nicht mehr ich rutsche mal ich versuche mal auf die schnauze zu rutschen das schalte ich vielleicht auch warum nicht weil wir wissen brauchst du nicht mehr ne ne noch nicht nicht mehr vielleicht kommt das ja wieder ach kacke ich weiß nicht frag dich mal du bist du schlau ich weiß ich bin ein schlauer mensch nicht war nicht ganz gemeint eben schade du kickst du den mini joshi oder was ja ist ja das problem ok die brauchst du bestimmt noch für irgendwas das heißt du bist jetzt geisterlevel nein also davor noch nur dass das level jetzt ein lava level ist oh sweet wird doch grad gemacht ich weiß dass du nicht zuhörst ach komm das wird gleich was doch mal äh ich glaub das geht auch so fuck ah jetzt wird sie ja auch ab wieso das denn jetzt ging bescheiden ich hätte stehen bleiben sollen das ist auch eine überlegung aber ich glaube ich wird nix also den das level also die spiele entwickelt da ne ich glaube der hatte kein hobby hat auch nicht gehabt aber der war lehrer und sadist ey jemand meinte ey kaiser soll ein schimpfwort sein ich weiß es nicht ich muss googlen ne will ich gar nicht ich darf das nicht ich auch nicht na so keine aa sei doch froh ist doch nur ne halbe stunde verfixte scheiße sind doch schon 8 guck mal sind fast 8 minuten umzinnlos ähm fick dich verdammt was verdammt dass du die ficken sagst ne dass ich halt ein bisschen zu weit vorne war na geht nicht ach komm geht nicht gibt's nicht hier doch gibt's ah nein flieg mal so wie du hm äh äh das ist die geilste Musik äh äh fuh ju oh ne ich will doch nur laden nein doch nein hättest du es fast geschafft irgendwas hm was weiterzukommen oh das ist aber ein riesenpech für dich für mich nicht ich freue mich ja guck mal guck mal zente so du musst es mal positiv sehen wir haben schon 8,5 minuten guck mal jetzt ist es schon wieder ein krampft so leicht in der hand ja du sollst auch nur du sollst beide hinter den controller lassen hahaha hel 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 überhaupt nicht lustig sicher nicht ich hab heute den clown gefrühstückt nö du hast einen Arsch gefrühstückt iiii na den bin ich auch so ein Arsch ja das stimmt du aber keinen du aber keinen ne ich nicht kommst du denn da drauf ja ich weiß nicht du kannst was im Mund nein doch also ich bin schon mal ein bisschen weiter jetzt hm Delfine ihr seid AA so wie du glaubst ne hm die essen deine AA deswegen sind sie so AA hahaha die sind so AA weil sie vielleicht AA essen ne weil sie äh Dummkopfschokolade haben Toppenschokolade bitte seh ach komm jetzt schaff ich das oder wat ja gut können wir erstmal durchsaven hier wieder hm 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 ich hab drübergekommen hm 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 sag nicht dass man auf der Kettensäge äh den Drehsch...